Hallo, ich hoffe es geht euch gut. Heute mal wieder Diamond Painting. Ich habe einmal Bilder bestellt bei Timu und ich habe im Angebot bei AliExpress eine Aufbewahrung gekauft. Die gefällt mir richtig gut. Also ich kann sie empfehlen. Sie hat natürlich auch einen Nachteil, erzähle ich euch gleich. Aber sonst ist die Aufbewahrung super klasse. Es kam wieder in so schönen grauen Tüten an. Man weiß oft immer gar nicht, was war da jetzt drin? Ist das eine Kooperation? Bei Timu sieht man das ganz gut. Das finde ich auch super, dass man das sieht. Da haben wir ja immer dieses Logo drauf. Das finde ich super praktisch. Ach ich sehe, ich hatte noch was anderes mitbestellt. Kennt bestimmt der ein oder andere. Genau und diese Aufbewahrung. Erstmal zudem, wir haben hier Wachsstifte und der Anspitzer war damit bei. Ich benutze die Wachsstifte gerne für meine Nägel, für Strass, um die auf meine Nägel zu Applikationen. Aber ich weiß nicht, wie man das nennt. Das Tu-Wort davon. Also, um das auf meine, um die Strasssteine auf meine Nägel zu machen. Oh, ich sehe gerade, wir haben verschiedene Farben. Cool. Wir haben ein richtig schönes Pink, ein Neon-Gelb, ein Braun und ein Weißes. Ich kenne nur das Weiße. Ich würde sagen, wir spitzen mal einen an. Wir haben nämlich einen Anspitzer dazu bekommen. Das war auch im Angebot. Und der Anspitzer funktioniert super gut. Da bin ich ja immer ein bisschen vorsichtig, so aus China, mit solchen Sachen. Ich hatte mir nämlich mal so ein Schneidegerät zum Beispiel bestellt. Und da waren einfach mal die, ähm, die Schneide war einfach sowas von stumpf. Oh, wie cool. Der ist pink. Das ist ja voll meine Farbe. Ich liebe ja Neon- und aber auch Pastellfarben. Richtig cool. Guckt mal, wie schön. Ich schaue mal, ob ich das noch finde. Dann verlinke ich das. Genau, jetzt haben wir hier den ganzen Abfall. Ich mache das mal zur Seite. Ja, wir haben hier vier Stück von. Was ich auch gerne mache, ist, weil die sehr lang sind, einmal in der Mitte durchbrechen oder durchschneiden mit einem Cutter kann ich empfehlen. Und ja, ich benutze sie, wie gesagt, für Nailart und auch für Sondersteine. Also nicht jetzt A-B-Steine, da komme ich tatsächlich nicht so mit klar. Aber wenn ich so große Steine habe, wie zum Beispiel bei Lampen, Lesezeichen, bei diesen Accessoires, die man mit Painten kann, oder Anhänger, kann man super dann für diese großen Steine diese Wachsstifte nutzen. Kann ich nur empfehlen. So, dann kommen wir mal zu der Aufführerwahrung, wo ich meinte, dass die super ist. Es ist die günstige Variante. Es gibt noch ein Original. Das ist aber für mich unbezahlbar. Ich glaube, da kostet das irgendwie 50, 60 Euro. Ich habe jetzt im Angebot 20 Euro bezahlt, glaube ich. Vielleicht nicht ganz. Ich bin gespannt, ob das heil ist. Ich habe ein System, habe ich davon schon. Der einzige Nachteil ist tatsächlich davon, wir kommen erst mal zu den Vorteilen. Ich denke, man fängt erst mal mit dem Positiven an und danach sage ich euch, was ich nicht so gut finde. Diese Aufbewahrung gibt es in zwei Varianten. Ich habe bis jetzt aber nur diese Variante hier zweimal. Die andere werde ich mir vielleicht auch nochmal holen. Es ist richtig schön eingepackt, dass es nicht zerkratzt. Finde ich super. Auch wenn ich nicht so ein Plastik-Fan bin, macht es hier schon Sinn. Wir haben diese schönen Aufbewahrungsboxen. Das Coole ist, ihr seht, wir haben verschiedene Größen. Es gibt ja viele Bilder, wo wir tatsächlich viel, viel schwarz, viel weiß haben für den Hintergrund. Und ja, dafür sind die richtig gut. Und ich mag einfach diese Öffnung. Wir haben eine schön große Öffnung. Wir haben dann keine Probleme, die Steine wieder zurückzutun oder auch einfach einzufüllen. Das Abkitten geht dadurch sehr leicht. Wir haben hier, wir können das sogar ganz rausnehmen, ganz einfach. Ganz einfacher und praktischer Verschluss. Und ich hatte bis jetzt bei AliExpress keine Enttäuschung, auch hier nicht, dass irgendwas kaputt ist. Es ist alles super. Es ist alles heil. Genau. Und dann gibt es nämlich noch das System mit nur diesen kleinen Dosen. Und guckt mal, wie schön. Ich mag die richtig gerne. Richtig, richtig, richtig gerne. Und ihr braucht keine Angst haben, dass es hier irgendwie ausleiert oder so. Ich benutze das andere jetzt auch schon beim dritten oder vierten Bild, bin ich jetzt damit. Und ja, da ist alles noch so wie vorher. Und es ist einfach mega praktisch. Es passt so viel rein in diese Dosen. Und wir haben, wie gesagt, wir haben vier verschiedene Größen. Das war die eine Größe. Dann haben wir einmal so doppelt so groß ungefähr eine Größe. Und einmal dreifach so groß. Und einmal vierfach, also zweimal dieses hier. Finde ich richtig cool, wenn man weiß, dass man nicht ganz viele Farben hat mit wenig Farben, sondern man hat viele verschiedene Größen. Ich liebe diese Aufbewahrung einfach. Und was ich auch gerne mache, wenn ich eine andere Aufbewahrung habe, und ich habe tatsächlich aber richtig viel Schwarz, habe ich mir hier auch schon eine gemopst, so eine große. Und habe einfach hier das Ganze schwarz reingefüllt. Und dann macht man sich am besten hier den Sticker drauf, damit man das natürlich sieht. Und das Coole ist, was noch richtig mega ist, man sieht alle Farben. Es sieht so wunderschön aus. Wenn man alles abgekittet hat, sieht man die ganzen einzelnen Farben so. Und genau, dann macht man hier halt die Aufkleber rein. Ich mag diese Aufbewahrung. Der einzelne Nachteil ist tatsächlich, wir haben hier... Huch, jetzt ist meine Schelle runtergefallen. Wir haben hier tatsächlich eine, ja, ich finde, relativ große Fläche. Es ist flach. Man kann es gut verstauen, dadurch, dass es flach ist. So zum Beispiel in den Schrank rein. Nein, der Nachteil ist, wir haben hier, ähm... Es ist relativ groß. Also, ich sage mal, unhandlich. Na, von der Größe. Vom Abstellen mit auf dem Platz. Das ist so der einzige Nachteil. Aber, ja, ich finde, das geht auch. Also, da kann man sich gut mit arrangieren. Das ist wirklich der einzige Nachteil dieser Dosen. Und was ich auch noch ganz cool finde, wir haben hier diesen leichten Clip-Verschluss. Ich mag das einfach. Und dann können wir hier auch oben drauf dieses Bild packen. Wir können hier das Bild drauf tun, dann kann man das Bild auch oben sehen. Ja, finde ich mega cool. Mag ich richtig gerne. Kann ich empfehlen. Schaut mal, wenn AliExpress, wenn das im Angebot ist. Wir hatten das auch gut gepolstert. Das zeige ich euch nochmal. Wir haben hier eine richtig gute Polsterung drum gehabt. Die werde ich auch wieder verwenden für mein Gewerbe, um da meine Pakete zu packen. Das kann man gut als Füllmaterial nehmen. Das kommt auf gar keinen Fall weg. Und, ja. Das war jetzt meine Aufbewahrung. Und dann habe ich bei Temu noch vier Bilder, sind das sogar. Oha. Vier Bilder. Ich dachte, das sind nur zwei Bilder. Ich habe das tatsächlich auch schon länger geliehen. Oh, es ist einmal... Oh je, es wurde einfach einmal so zerknickt. Oh, das finde ich ja nicht so schön, ne? Warum haben sie da nicht gleich eine größere genommen? Das ist nicht schön. Ach, jetzt weiß ich. Das war mein Totenkopf. Mein Totenkopf-Vibe, den ich da hatte. Es sind drei Bilder. Das war geknickt. Deswegen dachte ich, dass es vier sind. Wir schauen mal, wie doll das jetzt kaputt ist. Genau, ich habe zwei Totenkopf-Bilder und ein anderes bestellt bei Temu. Wir fangen mal mit denen an. Das ist 30x40 Diamond Art Sohn, heißt die Firma, von dem das ist. Hier ist einmal die Nummer. Vielleicht sucht ihr das mal oder könnt ihr das darüber finden. Wir haben einen schönen Totenkopf mit Blumen. Können wir mal in die Kommentare schreiben, aber auch so gerne Totenköpfe mögt. Das ist ja sehr speziell, sage ich mal. Es gibt welche, die lieben es und welche, die überhaupt nichts damit anfangen können. Wir haben hier typisch Temu richtig schön verpackt in diese großen Beutel. Hier haben wir viele schöne Lila-Töne. Wir haben Acrylsteine. Hier haben wir ein Standard-Toolkit. und dieses schöne Bild. Ein richtig tolles Snack-Bild. 30x40, wir haben hier wieder ungefähr 4 cm Abzug. Also wir haben hier ungefähr 26x36 cm. Wir haben 20 Farben. Das ist auch schnell gepaintet. Ich schätze mal so 3, 4, maximal 5 Tage, wenn man nicht immer länger als eine Stunde dran sitzt. So, ja, ich denke mal so in 5 Stunden kann man dieses Bild gut fertig machen. 5-6 Stunden. So, dann haben wir eine schöne Leinwand, ein klarer Druck. Wir haben so ein bisschen... Ja, nee, haben wir doch nicht. Ich dachte gerade... Doch, wir haben ein bisschen fotorealistischen Druck. Hier sieht man das auch ganz gut. Wir haben hier einen fotorealistischen Druck. Rosen. Ich liebe Rosen. Hier haben wir ein paar Rosen mit drin. Rosenblätter. Richtig schön. Bin ich gespannt, wie das nachher rauskommt. Ich habe ja tatsächlich ein Timo-Bild fast fertig gepaintet. Das kann ich euch dann auch mal nächstes Mal zeigen. Am besten guckt ihr mal bei Instagram. Da habe ich auch Highlights mit fertigen Bilder oder Bilder, die in Bearbeitung sind. Genau, da schaut gerne mal rein. Ich finde, die Zähne sehen richtig cool aus. Die kommen richtig gut hier raus. Ja, also der Druck ist super. Nichts, was man nicht erkennen kann. Wir haben hier eine richtig schöne Glitzerleinwand. Diamond Arts Sohn hatte ich tatsächlich noch nicht. Könnt ihr mir vielleicht mal schreiben, ob ihr da schon Erfahrungen gemacht habt mit der Qualität. Timo finde ich eigentlich richtig gut von der Qualität. Nicht eigentlich, sondern ich habe ein einziges Bild, was mir generell ein bisschen zu dunkel ist. Das ist aber eher das Aussehen. Und sonst finde ich die richtig gut. Also da wurde ich noch nicht enttäuscht. Und ich habe, glaube ich, schon fünf Mal oder so Bilderbestellungen gemacht. Dann habe ich noch ein kleines. Ein 40x30. Ich bin ja totaler König der Löwen. Disney, generell Disney-Fan. Und dieses Motiv, das kennt ihr bestimmt. Ich finde es einfach so schön. Ja, es könnte ein bisschen größer sein. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist bei Timo, dass wir tatsächlich meistens nur eine Größe haben oder maximal zwei. Meistens aber 30x30 oder 30x40. Das wäre ganz schön, wenn es noch 40x50 zur Auswahl gäbe. Das wäre wirklich perfekt, 40x50. Hier wird nämlich wahrscheinlich das Gesicht ein bisschen leiden, schätze ich mal. So den Übergang zwischen Miene und Gesicht und die Augen. Das wird ein bisschen leiden. Wir haben hier aber nicht so viele Details. Hier ist nochmal das Bild. Im Sonnenuntergang Simba und Nala ist das wahrscheinlich. Wir haben hier 19 Farben. Ja, von der Farbauswahl ungefähr wie das andere Lila-Töne, Brauntöne und Rottöne. Ja, sehr schön. Der Druck ist auch ganz gut. Das K ist nur ein bisschen schwach. Das H und das K ist ein bisschen schwach auf der Brust. Und ich finde, das K ist ein bisschen schwach, wie ich finde. Aber es ist nur ein Buchstabe. Ja, nur das K. Das H geht eigentlich ganz gut. Das K ist ein bisschen undeutlich. Ja, aber wir haben hier wieder gegossen in Kleber. Wir haben hier ein Toolkit mit dabei. Nee, Moment. Wir haben hier kein Toolkit bei. Ich habe hier nur eins liegen. Ich habe da schon ein Bild ausgepackt. Wir haben bei dem kein Toolkit. Das habe ich auch noch nie. Ach doch. Guckt mal, das klebt da dran. Wir haben hier ein Toolkit. Und die Töne. Wir haben hier wieder Acrylsteine. Da sieht man das an dem kleinen Löchlein da. Wir haben richtig schöne Pink-Töne. Bei euch ist es ein bisschen verfälscht. Der ist richtig Pink, der Ton. Das finde ich immer ein bisschen schade. Weiß ich auch nicht, wieso meine Kamera das macht. Ich habe eigentlich eine ganz gute Kamera. Aber die Töne kommen manchmal ein bisschen anders rüber. Wegen dem Licht wahrscheinlich. Ja, das war das zweite Bild. Und dann mache ich kurz Pause. Und dann zeige ich euch noch das große dritte Bild. Mein Sohn ist eben kurz wach geworden. So, jetzt, genau. Jetzt haben wir ein großes Bild. Habe ich tatsächlich... Achso, die waren natürlich alle rund. Habt ihr wahrscheinlich auch gesehen. Huch. Das waren alles runde. Steine. Und... Ich habe jetzt Größe 50 mal 50. Ich glaube, ich habe bei Timo... Das ist mein größtes bisher. Aber diese Blumen, guckt mal, wie die schon rauskommt. Sind die nicht wunderschön, die Blumen? Ja, 50 mal 50, dann haben wir wieder 5 cm, 6 cm Abzug. Oh, wie cool ist das denn bitte? Aber wir haben sehr, sehr viel schwarz ich gerade. Mega gut. Wir können das einmal andersrum... Wir haben hier gegossen in Kleber. Das heißt, wir können das einmal andersrum aufrollen. Die Leinwand ist ein bisschen störrisch. Aber ganz ehrlich, für den Preis kann man nichts sagen. Ich glaube, die kleinen Bilder haben 4 Euro gekostet. Und das große hat jetzt 8 oder 9 Euro gekostet. Und guckt mal, was für tolle Farben wir hier haben. Oh, es ist mega cool, das Bild. Das Einzige, was mir so auffällt, was auch noch richtig cool wäre, wenn dieses Skelett... Also das Skelett, wenn das jetzt noch Kopfhörer hätte. Das würde richtig gut in das Bild passen, wenn der Totenkopf jetzt noch Kopfhörer aufhätte. Ich weiß nicht, wie ich da drauf komme, aber so ein Indies-Motiv habe ich mal gesehen mit Kopfhörer. Finde ich richtig schön. Auch in der Vorschau seht ihr, was für knallige Farben wir hier haben. Richtig cool. Hier kann man bestimmt auch Neonsteine gut einsetzen. Zum Beispiel hier in den Blumen oder AB-Steine. Hattet ihr schon mal AB-Steine bei Timu? Oder andere Sondersteine? Ich bisher noch nicht. Wir haben hier 24 Farben, ist in Ordnung. Könnten ein bisschen mehr sein für die Größe. Aber wir haben hier sehr, sehr viel Schwarz, wie ihr seht. Also das N ist, ich gucke mal, das ist die 939. Aber da wir rund haben, ist das nicht so schlimm. Wir haben hier ein Päckchen mit Zippbeutelchen, was ich richtig cool finde. Also abgepackt in Zippbeutel. Sind das Harzsteine? Nee, echt jetzt? Nee, ich glaube nicht. Aber das sind richtig gute Steine. Hier sehe ich eine kleine Einkerbung. Wir haben sie hier durchnummeriert, natürlich. Ich sehe sofort, wir haben von der 17. Sie sind auch schon sortiert, was ich auch schön finde. 17 haben wir hier gleich, oh ja, drei fette Beutel. 939. Aber schaut mal, was für eine gute Qualität. Ja, wir haben Hartsteine. Sieht man hier. Aber dass die in Zipper sind und dann noch in ganz stabile Zipper, das finde ich mega gut. Und als Trick, versucht nicht so die Zippbeutel aufzumachen, sondern schiebt einmal so, das geht viel schneller. Ich habe es früher auch mal gemacht, auch hier und dann so rauf und dann hier. Nein, ihr braucht einfach nur einmal so machen. In die entgegengesetzte Richtung jeweils die schieben. So, wir haben hier richtig, richtig schöne Farben. Ich zeige euch mal ein paar knallige Farben. Richtig cool. Ich packe die auch wieder zwischen, weil die sortiert sind. 10, 11, 8, 9, da, 10, 11. Dann haben wir hier ein knalliges Blau. Ein richtig schönes Blau haben wir hier. Steine, die Steine sehen richtig gut aus. Die sehen auch alle gleich groß aus. Also Temu für die Preiskategorie kann man echt nicht sagen. Schaut mal bitte die Steine, wie gut die sind. Und dann haben wir natürlich noch dieses schöne Türkis. Die 24. Das ist die 3846. Ein richtig schönes Türkis ist das. Oh, richtig tolle Farben. Guckt mal, das Lila. Oh mein Gott, das ist ein richtig schönes Lila. Ich liebe ja Lila und Pink und Rosa. Das sind ja total meine Farben. Obwohl ich natürlich auch viele, viele Blautöne liebe. Vor allem diese Türkistöne finde ich so schön. Ja, also ich werde hier auf jeden Fall auch ein bisschen Highlights setzen. Ich denke mal, in den Blumen werde ich AB-Steine setzen. Und das können wir ganz gut. Vielleicht hier noch weiße AB-Steine. Da, wo es so ein bisschen, ja, leuchten soll, sage ich mal. Hier kann man bestimmt auch richtig schön AB-Steine einsetzen. S, das ist wahrscheinlich dieses Standard 3, 7, 5, 6. Ja, da habe ich welche. Hier, das machen wir. Also das Bild gefällt mir richtig gut. Mit dem Schwarz kann man ganz gut mit dem Mehrfachaufsetzer arbeiten. Der Druck ist auch richtig gut. Schaut mal, die 7 und die 6. Also gestochen scharf. Wir haben, ich finde immer da, wo dieser fotorealistische Druck ist, ist es immer ein bisschen heller. Aber auch hier, guckt mal. Der Druck ist einfach gut. Und da kann man auch gut ohne Lightpad arbeiten. Ja, es ist schön hell gedruckt. Es ist alles super zu erkennen. Ja, gefällt mir richtig gut das Bild. Und ich muss unbedingt jetzt mal einen Totenkopf painten. Ich glaube, ich habe erst eins gepaintet in meinen 5-Jahre-Painting-Zeit. Und ich muss unbedingt mal einen Totenkopf wieder painten. Und ich denke mal, das ist ein Kandidat dafür. Ich finde hier, das ist so, ja, diesen Leuchteffekt. Der ist richtig schön bei dem Bild. Ja, ich werde euch die verlinken, wenn es die noch gibt. Es ist ja bei Timo oft, dass die dann nicht mehr genau so nachzubestellen sind. Aber da schaue ich mal. Und ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Wir haben diese schönen Totenkopfbilder. Und einmal das Nala- und Simba-Bild. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und schreibt mir gerne mal was in die Kommentare. Oder liked mein Video, wenn euch das gefallen hat. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und guckt mal bitte die Blumen von dem Totenkopf. Wie schön. Richtig cool. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und frohes Painten, ihr Lieben.